Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Manche Städte waren so schnell ausverkauft, dass wir hochverlegen mussten. In Hamburg deswegen jetzt im Docks. Kommt, kommt. 1500 Leute. Wir rasten aus. In Köln war die Tickets so schnell weg, dass Florent Altreich anrufen musste, sagen musste, wir brauchen den größeren Klub. Haben die gesagt, nein, wir brauchen den kleineren Klub. Sie haben gesagt, ja. Deswegen jetzt Zusatzshow. Am 4.10. in Köln in der Werkstatt. 400 Tickets sind übrig. Holt euch die Dinger. Am 5.10. immer noch Köln. Glory. Am 6.10. Frankfurt, Gipsen. Am 8.10. Ulm, Hoxie. Am 9.10. Stuttgart, Witzelmann. Am 10.10. Ausburg, Kantine. Am 19.10. Zerbrücken, Garage. Am 20.10. Würzburg, Postal. Am 23.10. Osterbrück, Rosenhof. Am 24.10. das legendäre, unvergessliche Abschlusskonzert in Ali Aix, alter Wahlheimat, Jena in Kasablanca. Am 23.10. Am 24.12. ist auch ja 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 ja